hi zusammen ich wollte euch was cooles heute vorstellen ich habe mir das bei amazon gekauft da gibt es ein dreierpack für ungefähr sieben euro und das wollte ich mal zeigen das ist ein schöner anhänger aber der ist auch praktisch da zeige ich euch mal kurz worum es geht wenn ihn aufdreht und ihn hier drauf schraubt habt ihr entweder steht eigentlich im internet als zahnstocher ist aber auch als spieß zu gebrauchen oder auch fürs handy um die karte rauszuholen und für natürlich als zahnstocher und was ich daran cool finde die spitze hier ist aus titan man kann sie abschrauben und alleine waschen man kann die alleine abnehmen und man kann sie auswechseln und waschen und ja alle teile sind praktisch abnehmbar die qualität ja wie soll ich sagen das ist hier glaube ich aluminium oder plastik eher aluminium das ist hier auch die such hochwertig aber diese spitze hier diese richtig schön spitze und die hat ja diese aus titan und deswegen habe ich mir das auch geholt weil sie mir wirklich gut gefallen hat man kann sie auch immer am schlüssel dabei haben ich bringe sie ein bisschen mal näher zur kamera und wirklich cool dass man das hier abdrehen kann andersrum aufsetzen kann und drauf schrauben kann hier ist eine ring dabei der ist natürlich mit lieferumfang mit dabei und da gibt es ein dreier pack und finde ich echt cool dass sie sowas hergestellt haben wenn man zum beispiel mal keine gabel dabei hat kann man damit aufpiksen und essen wenn man egal wofür man das gebrauchen möchte es gibt verschiedene gebiete ja da sollte ich euch mal kurz zeigen den link hinterlasse ich euch auf jeden fall in der beschreibung dazu das ist natürlich kein finanziertes video sondern ich habe mir alles hier selbst gekauft was ich in meinen videos vorstelle und das wollte ich euch mal kurz gezeigt haben ist wirklich hammer und es ist auch sehr dünn geht zur spitze ab na also sehr sehr dünn und das würde ich euch empfehlen sie das einmal anzuschauen ja wenn euch das ding gefällt einmal bitte einen kommentar unten drunter schreiben und wünsche euch noch einen angenehmen tag euer blind ich sie mich auch ja 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 ja